Servus Leute, ich grüße euch zu den Bavarian Treasures, den schönsten und spannendsten Schätzen Bayerns auf der Spur. Diesmal suchen wir den Druidenfelsen. Ich wünsche euch viel Spaß. Der Druidenfelsen bei Süßenbach, welcher laut Überlieferung eine Opferstätte gewesen sein soll, befindet sich im Falkensteiner Vorwald. Wuchtige, bemooste Granitfelsblöcke, die ausgefallene Formen besitzen, sind umringt von bizarren Bäumen. Auf einem dieser gewaltigen Felsen befinden sich sogar einige muldenartige Vertiefungen, welche darauf schließen lassen, dass die Erzählungen Wahrheit tragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 Hier an dieser Stelle wurden vor hunderten von Jahren die Götter geehrt und besänftigt. Nur das Gewand des Fremden blieb, der Körper und die Seele auf und davon. Der Druidenfelsen bei Süßenbach ist wahrlich ein mystischer und kraftvoller Ort. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018